Was ist das? Das sind Angriffspläne für einen FEDRA-Konvoi. Dieser Ort muss uralt sein. Ja. Ich glaub, hier war seit Jahren niemand. Wir könnten's uns ansehen. Guni und Ghost würden das lieben. Ähm... Wer? Okay. Das war noch nie mein Ding. Hm. Wenn wir hier fertig sind, können wir dir vielleicht ein kleines Haustier besorgen. Okay, gut. Okay. 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 Ich glaub, hier haben wir alles. Okay. 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 Hey. Hast du eigentlich Angst? Weshalb? Ja. 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 Du hast recht. Du hast recht. Ist jetzt auf der Karte. Warum? Du hast recht. Du hast recht. Du hast recht. Und das ist ja schon fertig. Du kannst dich auch machen. Vielen Dank. 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 Ich schreibe das auf. Hey. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Nee. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Okay. Und die Astronauten verbrannten in ihrer Kapsel. Na, immerhin sind sie für etwas Sinnvolles gestorben. Stimmt. Diese Kerle waren nur Wichser, getötet von anderen Wichsern. Wichsern? Ja. 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 Kommst du da durch? Okay, ich halt das. Shit. Jetzt hier. Pass auf. Pass auf. Schnell und leiser. Pass auf. 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 Shit. Pass auf. 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 Pass auf.